Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Review. Heute wieder ein Mandalorian Merchandising Artikel. Witzigerweise ist ja auf allen offiziellen Artikeln genau dieses Foto drauf. Also nicht das untere, sondern der Herr mit seinem Helm. Was habe ich mir das Schönes gegönnt? Oh, eine herzallerliebste Baby Yoda Tasse. Können diese Augen lügen? Wahrscheinlich schon, aber diesen Augen kann man auf jeden Fall nicht widerstehen. Zumindest ich konnte es nicht. Tatsächlich hat mir die Tasse so gut gefallen, dass ich sie gerne nochmal bestellt hätte. Auch zum Verschenken an Freunde und Familie. Leider nicht mehr lieferbar. Zumindest nicht so einfach oder nur mit horrenden Versandkosten. Insofern müssen wir mal schauen, wann das feine Ding wieder verfügbar ist. Ja, wahrscheinlich vom Handling realistisch gesprochen nicht so optimal, weil man sich mit diesen spitzen Ohren beim Tee trinken eher die Augen aussticht. Aber ein sehr, sehr netter Fanartikel. In diesem Sinne, frohe Weihnachten und möge die Macht mit euch sein. Er wird